Der sich da ziemlich in die Pestilenz rein, ey. Auf der Brücke! Auf der Brücke! Ihr kommt nicht! Vorbei! Ich bin tot. Aber so wie Gandalf hat er sich auch wenigstens geoffert. Jetzt kommt dann Bram der Weiße raus. Der Weiße, nicht der Weiße. Der Weiße, ja. Immer nur nix gelbes. Wo ist denn Bram der Weiße? Der Weiße kommt grad mit seinem roten Stock an, ne? Oh, na geil. Ist jemand nid? Gesockelte Regelsstufe 53. Ich will nicht sagen, aber als Jay das letzte Mal nicht dabei war, sind wir irgendwie besser durchgekommen. Und Jay macht zu wenig Schaden. Ja, der kompensiert die Verstärkung der Gegner nicht. Ne. Bla bla. Bla bla. Ja, jemand machst du falsch. Bla bla. Ich komm. Ich schaue das nächste Level. Ja, ich weiß. Dann ist erstmal der Hochland passt da. Freiländer. Ach hier die Hälfte hat mich vergessen was. Ja genau, weil ich sie jetzt angegriffen habe, habe ich auf einmal eine gelbe Rüstung. Ja, die möchte ich auch mal ganz schnell reparieren. Das ist eine gute Idee. Oh. Oh. Da habe ich ein paar richtig hübsche Sachen. Äh. Alter Vater. Ja. 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 5500. Ja. Ich kann das jetzt nicht viel machen. Versprach einmal, wenn sich das ganze Geld weggeheckt wird. Wenn ich mal sehen, wenn ich 200.000 hätte launchst, 500.000 Körnste kaufen. meine waffen kostet weil meine waffe glaube ich 80.000 ausgegeben mittlerweile kostet immer von überall glaube ich so viel oder also die barbaren waffen von anfang an so sau teuer ist der wohnen ja deswegen meint es nämlich auch mega das thema was mit tech speed oder live lead stop ist genau da bist du bei vielen vielen millionen ja ich nicht warum sagt er denn dann zu billig ist also deswegen verstehe ich das nicht gesagt dass er zu billig ist ich habe gesagt alle bei 80.000 ich habe gesagt meine war verdachtig tausend gekostet er sagte daraufhin sagte dennis meine auch der meine die ich jetzt gar in der hand habe auch ja aber wie man sieht genügt ihr nicht den ansprüchen sonst würde ich davon ja stehen bleiben meine schon ziemlich geil aber ein krasser schwierigkeitsunterschied von 1 zu 2 da bitte ist und der der lebensunterschied ist richtig heftig oder Oh ja. Juhu, wieder 30 Halt renke. Juhu, wieder 30 Halt renke. Mal davon los. Diesmal zu sehen. Ha 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 ha. Was können die wieder am? Wenn die Waffen so leuchten, sollten sie wegnehmen. Ja, und da hat die Waffe geleuchtet wie ein Paar wer im Arsch. Wie ein Paar wer im Arsch. Die geleuchtet die Waffe. Ich bin stehen geblieben. Er legt mich doch am Arsch. jetzt zum beispiel dann sieht sie nämlich kurzfristig gestand wenn ja nix wieso komme ich denn da nicht durch und die verflugte feste mal geil ganz 800 gold bekommen hat einer ein ring mit 68 geschick können uns zu liefern wie viel was auch die 60 nun die eine Art von 60 99 davon ja nicht geschickt werden uns zu liefern noch besorgen ist er sich zu lassen während der Nordrhein-Westfalen Gruppe und direkt auf einer Alter, ich kann nicht mal fliehen nach vorne, scheiße man Ich bin einfach tot, hier ist so viel Vortex Die reflektieren auch Schaden, super Das ist einfach alles zu Vortex, äh gepflegt Ich kann keine Schnitte Ich komm da erstmal raus, ey Na, wir haben uns, kommt hier rein Ich pull hier die anderen Gegner erstmal Diese scheiß Pestilenz, wa? Haha, ich kann gar nicht mehr da durchlaufen und zu sterben, meinst du? Ich pull die mal runter, ne? Warte mal, der eine Stich, ja, ganz alleine bei mir oben, ne, versuch ich mal kurz zu machen Auch fuck jetzt in den Stichens 2 Jay, die Pestilenz ist so mega krass Jay, die sind da Oh mein Gott, ich bin so gerade, ist die oben weg Ja, das ist doch schon mal schön Ah, wow 35% Widerstand auf alles, weil das hilft eigentlich kein Hacken Äh, ich kann den 50% machen Ja, ich hab einen getötet So, der geht jetzt hier auch Ich mein, ich hab die dauerhaft und trotzdem überlebt sie da kein Hacken drin Uh, zwei Gelbe Ja, gar keinen Grund, ey Ja, davon ist ein Mönchteil und eine Zweihandachse Mal gucken Mönchteil hat, hat gescheite 197 DPS Und die Axt Und die Axt Und die Axt 314 Wow Klasse Hau die Dummdi dumm Aber jetzt wenigstens fünffachen Buff Ja Wow Wow Ja, das kann man schon mal Das bringt total viel Ja, das bringt auch total viel Aber irgendwie steigert hat meine Motivation nicht Noll Bis dann so einem Würmchen gestorben Sah zumindest gerade so aus aus meiner Perspektive Ich war dazu geizig einmal auf 1 zu drücken ehrlich gesagt War mein Fehler Und so ein Regenbohrm angekrochen Oh, J-Down Eine Raserei haben wir alles Cool, was sind hier unten alles Oh, das sind alle die mit der dicken Axt Gut, dass die gerade nicht zuschlagen können Oh ja, da wirst dich gleich freuen, wenn LOL Wo kommen denn jetzt die ganzen Würmer her? Ja, aus den Viechern raus Wieso kommen denn die Würmer aufstehen? Da waren doch gar keine dicken Das ist doch schon seit Seit dem ersten Blick Hä? Aber die dicken, da waren doch gar keine dicken, oder? Doch, da waren zwei Stück LOL, die hab ich nicht gesehen Ah, jetzt könnt ihr Pass auf, J-Down Da sind jetzt welche sogar als Champions von den dicken, ja Ja Ich hab die LOL, oh mein Gott Die haben wieder reflektierten Schaden Alter, mach nie Damage Achso, die hab ich hier in die Ecke gebumst Ich hab mich mit meiner Attacke selber gedreht Alter, ich bin auch gestorben Ähm, ja Ich hab mich mit meiner eigenen Attacke selbst gedrückt Okay, also da Kann ich nicht wahr sein Wie geht das denn? Bei mir, ich hatte Oh, da hätten die mich ja fast gesnackt Einer hab ich kaputt gemacht Hm Da hätte ich nur nicht stehen bleiben, sondern dann hätte ich ihn noch einmal gekriegt Schade Ich mein nur einer, ne? Weil sie das noch Oder eher Naja, ein halber Einmal weniger Wo sollt ihr denn? Komm ich da hin? Oh, ich ziehe so ein paar Gitarren mit mir mit Naja, hier abbiegen Na ja, hier abbiegen Was soll denn jetzt? Ja, da war jetzt die total gute Idee Ist sonst noch mehr Viecher oder was? Sind nur diese Standardviecher Jetzt gibt's rum Um Nein, nein, nein Togt er mich da rein Alter Vater Ja, das hat ja keinen Schaden gemacht Nein, das ist fucking Feuer, geh weg Oh ja Gar nicht dran Kann ich sein, ob wir erst ein einziges haben Von den scheiß Viechern Was? Dann sind die anderen alle links So Ja Das ist ja meistens sowieso Komplett nach links Und komplett nach links Uh, tausendmal War eigentlich immer 3 auf einer Seite Wie man in diesem Fall sieht, ist dem nicht so Dennis rennt schon mal vor Ja, warum nicht Da sind nur ein paar Krepp gegen Oh, Dennis zu spacken Ganz mal aufhören als Tank vorzuhören Echt, eh Der ist wenigst hinter uns Haha, ja, ich wär auch dafür, dass er nie vorgeht Mach bergab, mach ich Das macht auf jeden Fall mehr Sinn HUM AUA Niemals tötest du mich, Scheißhörmchen Dank sei den Göttern Dank sei den Göttern Ich wette für manche Sterreanimation haben die einfach irgendwie beim Kotzen abgefilmt Mh BLEEEEH BLEEEH Ich hab das echt, dass ich mal beim Kotzen abgefilmt hab Ja, zumindest hat auch die davon aufgenommen Einfach mal ein Mikro daneben behalten Ja So, heute gehen wir mal alle richtig geil saufen Ja Und, und teilweise sind wir auch noch produktiv Ja, und wer heute nicht kurz wird gefeiert Boah, ich will's noch so'n Manneken haben Boah, haut mich nicht So'n Manneken Ey, hier ist wieder so'n Licker Ey Hab ich denn Schaden bekommen? Da rein Oh, zwei nehmen wir noch Reiset Ackara Reiset Ackara Es wird noch einer Einer hört noch Und der ist da vorne So, dann machen wir mal schnell den Bimsbums Tod NEIN Oh, hier Mann, man darf nicht mal trinken, während man läuft Da kam so'n Bongo um die Ecke Am Arsch Ja, das ist echt krass Dafür geht er nicht mal sehen, ey Da kippt der um Ahhhh Ist einfach so schwer Ja, dann stellen wir uns jetzt einfach mal hin Und, genau, Christian haut der Vernünftig Zack, 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 zack Torte Ich möchte immer noch, ein Gelb, wow Uhhh, drei Gelbe Wow Zwei Gelbe Was sind Dein Hundsgubel? Ein paar Programme чтобы Deine Mutter Skrotum ist ein Hoden Pazack Ne, Skrotum oder so hieß der Skrotum ist ein Hodensack der kdx intelligence jahren brauchen wir sind schelme von heißen stadt 300 schaden aber 300 schaden ist ich muss schon die story anhören mehr mist kann man ja nicht finden ein däger mit 159 schaden aber geil ich glaube da bin ich die sache wenn ich mir hd von der seite angst oder ich habe eine erhöhung der visage naja danke bansichelm ist schon interessant boah leg mich mal ok noch die hallen der agonie 3 und dann den butscher wir haben auch schon gegen ihn gespielt wir waren nur zu dritt hatte er noch ein bach ja nein aber der ist jetzt noch ein stärker ja was macht denn der unterschied das stimmt ja er halte ich ja mehr als ein schlag aus stimmt ja das wird gleich sehr gut ich meine du darfst nicht mal da dran ziehen aus ne das sieht das noch lange nicht ne die stacheln die der schießt genau die stacheln die irgendwie 5000 damage machen oder so die hält der auch nicht aus die machen halt nicht 5000 damage die machen halt bei mir 15.000 damage ok wie viel rüssi hast du eigentlich 2,8 wot ja lol da hat der nur 300 weniger als ich ja gut aber das ist da würde ich sagen hatte die mann da eh nicht viel an rüstungen das stimmt da habe ich halt keine schnitte gegen das ist total sinnfrei da ist ein goblin rechts hat er gerade schon gesagt ach so hat er nicht gehört ach sind wir noch Mistviecher oh ja schmack in den wir da nicht bringt dem überhaupt noch juhu 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 ich weiß gar nicht was ich damit machen will zum scheiß ich muss immer noch den juhu 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 das ist halt die frage keiner weiß ob der danach das feuer ist voll krass wir sind gestern schon lang gestorben als wir da die übergehen gezogen haben wird denn der schmied dann günstiger oder wird der teurer ich schätze mal wenn die eischte ich schätze mal wenn die eischte